Ja, also absolut. Ich meine, das geht ja wie immer auch in dieses ganze, also das stoische Prinzip vom Journaling oder vom Tagebuch schreiben, wo es ja genau darum geht, dass man jeden Tag in der Früh seinen Tag durchplant und eben das Wichtigste an diesem Reflexionsschritt. Und das finde ich tatsächlich den englischen Begriff dazu, dieses Review halt sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten rüberbringen kann, dass es für mich diesen Begriff rüberbringt, nämlich, dass man am Abend seinen Tag reviewt. Also du planst ihn in der Früh, genauso wie du es jetzt vorhin gemeint hast, dass man nicht einfach nur losläuft, sondern dass man sich erstmal Gedanken macht, was habe ich heute vor, welche Dinge sind mir heute wichtig, wie möchte ich auftreten, vielleicht gibt es von gestern etwas, das ich verbessern möchte und so weiter und so fort. Und dann eben das Wichtigste ist, diese Review am Abend, was ist mir heute alles gelungen, was ich geplant hatte. Gibt es noch irgendwo Issues, die ich vielleicht nochmal aufgeifen muss, wie habe ich mich dabei gefühlt und so weiter und so fort. Also das sind ja alles quasi Dinge, die genau in diesem Trendling unheimlich gut gemacht werden können. Und ich meine, wir haben ja auch darüber schon mal eine Folge gemacht, wo wir versucht haben, kurz und knackig das mal zu beschreiben, worum es geht. Aber ich würde fast sagen, das sind, also zumindest für mich persönlich, jetzt in den letzten Wochen wieder darüber nachgedacht, dass das eigentlich schlimm ist, dass man das erst so spät begonnen hat, muss ich ganz ehrlich für mich selber sagen. Weil ich mir denke, klar, man hat vielleicht seine Review-Praktiken ein bisschen informell und vor allem, wie wir gecoacht haben noch zusammen, klar, da hatten wir informelle Review-Sessions nach dem Training. Das war aber sehr spezifisch auf das Training gesehen und nicht im Kontext von den ganzen Tag, nämlich wie habe ich meinen Tag strukturiert, gab es irgendwie Kommunikationen, die besser oder schlechter funktioniert haben und so weiter und so fort. Also das war ja quasi auf einem sehr niedrigen Niveau sozusagen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ja, wie schade das ist, dass ich das eigentlich jetzt erst seit eben 2021 so richtig betreibe, weil ich da einen großen Benefit drin sehe, auch seine eigene Entwicklung irgendwie nachvollziehen zu können. Und was ja da auch immer ganz interessant ist, wenn man das regelmäßig macht, ist es ja tatsächlich sehr interessant, auch zurückzugehen und mal nachzulesen, was war eigentlich vor drei Monaten, was waren da vielleicht Issues, die ich hatte. Und dann vielleicht ein paar Wochen zurückzugehen und zu schauen, ah, okay, da gab es schon eine Entwicklung und die Dinge waren ein bisschen anders. Und wenn man das einfach regelmäßig als Praktik sich aufnimmt, dann, das, worüber wir ja die ganze Zeit auch sprechen, dieses Reflektieren, durch die Praxis ist dieses Reflektieren viel, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, viel mehr im normalen Lebensverständnis drinnen. Weil man ja sehr wohl weiß, am Abend muss ich nochmal drüber gehen über den Tag und nochmal aufschreiben, was passiert ist. Und am nächsten Tag muss ich in der Früh nochmal aufschreiben und neu planen. Und dadurch, dass man ja immer diese Reflexionsschleifen hat jeden Tag, hat man einen anderen Blick auf viele Dinge, weil man alles ein bisschen reflektierter angeht. Weil man sich vielleicht bei, weiß nicht, bei Kommunikationen sich denkt, naja, aber ich habe in der Früh aufgeschrieben, weiß ja nicht, nicht irgendwie schnippisch zu antworten, zum Beispiel. Also das kann ja alles sein, ja, aber dann hat man vielleicht schon einen anderen Blickwinkel auf diverse Kommunikationen, wo man eben andere Probleme hatte oder irgendwas angemerkt hatte. Und das finde ich eine sehr schöne Sache und kann ich tatsächlich nur empfehlen auf alle Bereiche. Also das ist ja, kann man natürlich auch nur auf die Arbeit gehen damit, wie wir das mit dem Shutdown Journal gemacht haben. Und also nur quasi, um nochmal deinen Punkt irgendwie zu unterstützen, dass dieses Strukturen schaffen halt unheimlich wichtig ist, auf einer persönlichen Ebene mal zuerst. Und nicht davon auszugehen, dass da vielleicht die Führungskraft oder das Unternehmen selbst dir das dann vorgeben wird, wie du was machen solltest. Sondern das beginnt halt immer bei einem selber, weil, und damit schließe ich das auch ab, dass es ja um Arbeit und Leben geht. Also du kannst deinen Tag nicht in der Früh aufstehen und dann nur an die Arbeit denken und dich am Abend wieder hinlegen und denken, ja, morgen geht es wieder in die Arbeit. Das geht nicht. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gut. Deine Freunde und die Familie werden damit, glaube ich, große Probleme haben, wenn das so ist. Und das hilft halt dabei, weil die Strukturen schaffen dir eben einen Rahmen für alles, nicht nur für die Arbeit, was du machen möchtest.